Das Leben und das traurige Ende von Heinz Rühmann Heinz Rühmann wurde am 7. März 1902 in Essen in Deutschland geboren. Er war das zweite Kind von drei Kindern und hatte eine schwierige Kindheit, da sein Vater ihn regelmäßig missbrauchte. Rühmanns Interesse am Schauspiel wurde früh geweckt, als er als Jugendliche in der Schulaufführung von Shakespeare's Ein Sommernachtstraum eine Hauptrolle spielte. Rühmann spielte in über 100 Filmen mit und wurde für seine Darstellungen mehrfach ausgezeichnet. Bekannte Filme, in denen er mitspielte, sind zum Beispiel Die Feuerzangenbowl, Quarks der Bruchpilot und Der Hauptmann von Köpenick. Obwohl Rühmann in seiner Karriere viele Erfolge hatte, hatte er auch mit persönlichen Problemen zu kämpfen. In dieser Geschichte tauchen wir tief in sein Leben und die Tragödien ein, die er durchgemacht hat. Heinz Rühmanns Karriere als Schauspieler begann in den 20er Jahren, als er in verschiedenen Stummfilmen und am Theater auftrat. Sein Durchbruch gelang ihm jedoch erst in den 30er Jahren, als er in zahlreichen Filmen der UFA mitspielte und zum Publikumsliebling avancierte. Rühmanns größter Erfolg und bekanntester Film ist wohl die Komödie Die Feuerzangenbowl aus dem Jahr 1944, in der er die Hauptrolle des Schriftstellers Dr. Johannes Pfeiffer spielte. Der Film gilt bis heute als einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten und wurde mehrfach neu aufgelegt und adaptiert. Auch in den folgenden Jahrzehnten blieb Rühmann einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands und spielte in zahlreichen Filmen und TV-Serien mit. Besonders beliebt waren seine Rollen in Familienfilmen wie Das fliegende Klassenzimmer von 1954 oder Drei Männer im Schnee vom Jahre 1955. Rühmanns Karriere wurde von vielen Auszeichnungen und Ehrungen begleitet. So erhielt er unter anderem den Bundesverdienstorden, das Großer Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband, sowie den Bambi und den Filmband in Gold. Im Jahr 1989 wurde ihm zudem der deutsche Filmpreis für sein Lebenswerk verliehen. Heinz Rühmann hatte in seinem persönlichen Leben sowohl Erfolge als auch tragische Ereignisse zu verzeichnen. Im Jahr 1924 heiratete Rühmann die Schauspielerin Maria Bernheim. Die Ehe hielt jedoch nur kurz und das Paar trennte sich bald wieder. Im Jahr 1929 heiratete Rühmann dann Hertha Pfeiler, eine österreichische Schauspielerin. Rühmann hatte auch eine schwierige Beziehung zu seinem Vater, der ihn als Kind regelmäßig misshandelte. Diese Erfahrungen prägten Rühmann sein Leben lang und beeinflussten auch seine Arbeit als Schauspieler. In einem Interview sagte er einmal, die Kunst hat mir geholfen, das Leben zu ertragen. In späteren Jahren hatte Rühmann auch öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzungen mit verschiedenen Künstlern und Intellektuellen, darunter der Schriftsteller Günther Grass und der Regisseur Rainer Werner Fassbender. Trotz aller persönlichen Probleme blieb Heinz Rühmann bis zu seinem Tod im Jahr 1994 eine der bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten des deutschen Films. Heinz Rühmann hatte in seinem Leben auch mit tragischen Ereignissen zu kämpfen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Rühmann als Soldat eingezogen und diente an verschiedenen Fronten. Im Jahre 1944 geriet er in sowjetische Kriegsgefangenschaft und verbrachte mehrere Monate in einem Lager in Sibirien, bevor er freigelassen wurde. Diese Erfahrung prägte ihn tief und er sprach später oft über die Schrecken des Krieges und den Wert des Friedens. Ein weiteres tragisches Ereignis in Rühmanns Leben war der Verlust seines Sohnes Peter im Jahr 1952. Peter, der ebenfalls Schauspieler werden wollte, starb bei einem Autounfall. Der Verlust seines Sohnes traf Rühmann sehr schwer und er hatte lange Zeit Schwierigkeiten damit, umzugehen. Trotz all dieser tragischen Ereignisse kämpfte Rühmann jedoch immer weiter und blieb es ins hohe Alter aktiv als Schauspieler und Künstler tätig. Seine Arbeit und sein Engagement für den Frieden und die Aussöhnung zwischen den Völkern machten ihn zu einer unvergesslichen Persönlichkeit des deutschen Kulturerbes. Heinz Rühmann starb am 3. Oktober 1994 im Alter von 92 Jahren in Aufkirchen am Starnberger See. Die genaue Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Es wird jedoch angenommen, dass er an Altersschwäche verstarb. Sein Tod wurde von vielen Menschen in Deutschland und der ganzen Welt betrauert, da er als einer der bedeutendsten und beliebtesten Schauspieler der deutschen Filmgeschichte galt. Die Medien würdigten Rühmanns Lebenswerk und sein Engagement für den Frieden und die Aussöhnung zwischen den Völkern. Heinz Rühmann wurde auf dem Friedhof von Aufkirchen beigesetzt. Sein Grab wird bis heute von vielen Fans besucht und gepflegt. Sein unvergessliches Erbe als Schauspieler und Künstler bleibt jedoch weiterhin bestehen und hat bis heute einen bleibenden Einfluss auf die deutsche Kulturgeschichte. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Meinung zu hören. Was denken Sie über die Tragödien, die er erlitten hat? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und lassen Sie uns reden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie gerne ein Like da und teilen es. Auf Wiedersehen und bis in den nächsten Videos. Vielen Dank!